Weißt du, wie man Bäume bei einem Waldbrand nennt? Treibstoff. Weißt du, wie man Bäume nennt, die nach einem Feuer noch stehen? Die nennt man die stehenden Toten. Mom, geht es Dad gut? Aber sicher doch. Sein Stolz wurde verletzt. Das kommt manchmal vor. Du musst dir keine Sorgen machen, Joe. Irgendwann kommt die Zeit, wenn ein Mann mehr braucht als einen Ort, wo er seinen Hut hinhängen kann. In meinem Kopf ist so ein Dröhnen. Ich muss etwas dagegen tun. Verstehst du das? Ja. Ich glaube, dein Vater hat ja draußen eine Geliebte. So was macht er nicht. Ach nein? Was glaubst du, warum Männer gewisse Dinge tun? Entweder sie drehen durch oder es gibt eine Frau. Das glaub ich nicht. Menschen fühlen sich von Dingen angezogen, die sie lassen sollten. So war ich immer angezogen, als ich noch jünger war. Es ist vermutlich schön zu hören, dass die Eltern nicht immer Eltern waren. Hat deine Mutter etwas getan, was du mir lieber nicht erzählen willst? Ich habe das Gefühl, dass ich aufwachen muss. Mom. Wie geht es jetzt weiter mit uns? Ich weiß es nicht.